Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Kinovorschau. Heute wollen wir euch zeigen, welche Filme denn am 26. Mai starten. Das sind wieder elf Stück und wie viele davon interessant sind oder zumindest für uns interessant sind und was eher so in die Abteilung, ach, brauche ich jetzt nicht unbedingt gehört. Ja, das schauen wir uns einfach mal an. Ich habe nach der Sichtung von ein paar Trailern sogar eine Top 3 rausgefunden, wo ich sage, die würde ich mir sogar alle angucken. Nils, wie sieht es bei dir aus? Ich fand es schwierig. Ich fand es echt schwierig. Ich war jetzt eher so, also mein Platz 3, von dem ich tatsächlich davon ausgehe, dass er dein Platz 1 sein wird, der ist da eigentlich nur drauf, weil mich alles andere noch weniger interessiert. Und zwar habe ich auf der 3 Top Gun Maverick. Das ist natürlich mein Platz 1, ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß wirklich nicht, was das soll, warum da jetzt eine Fortsetzung von kommt. Und was mich am meisten stört daran, ich fände das ja noch interessant, weil der ursprüngliche Top Gun Film ist ja sehr, der heroisiert ja sehr, was die da machen. Und ich würde mir jetzt gerne einen Film angucken, wo diese heldenhafte Figur des Maverick dekonstruiert wird. Aber wenn ich mir den Trailer angucke, dann muss ich ja sagen, der hat sich ja nicht verändert. Der ist ja in 30 Jahren nicht erwachsener geworden als damals. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Aber alles andere ist noch schlimmer. Deswegen ist er auf Platz 3. Schon fast 40, oder? Der erste Teil kam, glaube ich, 1986 raus. Es ist schon ein bisschen eher, oder? War es 86? Ach, jedenfalls hier Ende der 80er kam er raus. Geht natürlich wieder um Maverick, der jetzt allerdings nicht mehr selbst richtig fliegen soll, sondern wenn ich das richtig mitbekommen habe, soll er jetzt Lehrer sein bei so einer Elite-Flugschule und dann halt quasi die Leute so ein bisschen ausbilden. Man muss aber sagen, die Kritiken bisher von den Leuten, die den Film schon gesehen haben, die sind durchwegs eigentlich eher positiv gestimmt. Die sagen, ey, das ist schon ein cooles Ding. Ist halt die Frage, was man erwartet. Das ist immer so das größte Manko, weil man jetzt natürlich irgendwie im Drama erwartet, wenn man mit Top Gun keinen Spaß hat. Wenn man allerdings ein bisschen Flieger-Action sehen möchte, dann ist man, glaube ich, da ganz gut dabei. Ja. Warte mal, ich lese gerade den Text zum ersten Mal durch hier. Bla, 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 bla. Nuklearprogramm eines fremden Landes muss gestört werden. Bla, 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 bla. Also der Standard. Irgendein Land ist böse und jetzt brauchen wir natürlich die Topflieger, die dann quasi das Land in seine Schranken weist. Ja, weißt du. Aber es ist dann auch, alles, was ich sehe in dem Trailer, jetzt mal abgesehen von der Action, die wirklich ganz gut aussieht, alles anderes, aber sowas von 0815. Alleine schon dieses, wenn ich dann Miles Teller da sehe, der dann so, ja, mein Vater hat dir vertraut und da ist es verkackt. Und dann weiß ich aber, er und Maverick, die werden sich natürlich im Laufe des Films dann zusammenraufen und so. Es kotzt mich einfach an, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das, was ich bei diesen Filmen sehen will, ist die Fliegerätschen und ich denke, die bekomme ich auch. Ja, aber da sind wir wirklich das, was man erwartet. Da sind wir wieder bei unserer ewigen Diskussion, was wollen wir eigentlich im Kino sehen. Bei den Filmen möchte ich jetzt keine große innovative Story. Ich glaube, die kriege ich auch nicht. Das wird dann nicht der Fall sein. Da möchte ich einfach nur da sitzen und denke so, boah, geil, also das sieht richtig cool aus. Dann sag mir mal, was dein Platz 3 ist. Etwas gemütlicher und zwar alles in bester Ordnung ist mein Platz 3. Den habe ich auf der 2. Er geht, er ist bei dir auf der 2, er geht um die 54-jährige Marleen, die, hast du den Trailer gesehen? Ja. Ja, das ist schon fast so Messi-mäßig. Also die sammelt ganz viele Dinge, weil sie immer denkt so, ach ja, die kann ich ja irgendwann nochmal gebrauchen, die kann ich ja vielleicht irgendwann nochmal verschenken. Die kann sich halt einfach von Dingen nicht trennen. Und dann haben wir auf der anderen Seite den 32-jährigen Finn, der einfach nur aus dem Koffer lebt. Da reist du ein bisschen durch die Gegend und hat eigentlich nur das, was er braucht in seinem Koffer drin. Und er braucht, glaube ich, so eine Bleibe und können sich natürlich am Anfang nicht leiden, aber sie kommen dann irgendwann überein, alles klar, du darfst bei mir bleiben, dafür musst du mir helfen, Zeuglos zu werden. Wie schaffe ich es, unser Zeuglos zu werden? Und das fand ich eigentlich eine charmante Geschichte. Also so, dass ich sage, okay, das würde mich interessieren. Ist auch immer so die Frage, wie viel brauchen wir eigentlich? Brauchen wir jeden kleinen Kabüster oder kann man auch mit wenig eigentlich ein gutes Leben führen? Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja beruflich immer auch mal mit Messies irgendwie zu tun und finde das thematisch irgendwie ganz interessant. Deswegen ist der Film bei mir dann relativ weit oben auch gelandet oder weiter oben zumindest als Maverick. Auch wenn er natürlich schon sehr nach deutschem Drama mit ein bisschen Humor wirkt. Also so rein vom Production Value guckst du dir das schon an und denkst du, puh, weiß ich nicht, aber ich fand es halt auch thematisch irgendwie ganz spannend. Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht konnten sie auch mit viel dann trotzdem noch, also mit wenig Mitteln quasi viel aus der Story sie müssen rausholen. Weil es ist, glaube ich, kein Film, wo du relativ viele Effekte oder sonst irgendwas brauchst. Du brauchst einfach nur zwei Leute und ein bisschen eine Wohnung und ein bisschen Nachbearbeitung. Und findest du nicht auch, dass Deutsches irgendwie schaffen, die Kamera hinzustellen und du sagst, ah, das ist ein deutscher Film? Also obwohl keine Effekte drin sein müssen, du siehst dem Ding sofort an, das ist irgendwie ein deutscher Film. Ja, wenn es ein Titschweiger-Film ist, dann geht es auch direkt in den Sibia-Look, den hat er immer drauf. Ja, man merkt schon relativ früh, alles klar, ja, nee, das ist ein... Aber man kann nie so richtig betiteln, woran das liegt. Die haben wirklich eine andere Kameraführung drauf, ein bisschen einfachere, sag ich mal. Nee, aber kann ja trotzdem noch ein guter Film sein. So, dann darfst du jetzt deinen Platz 2 sagen, der wahrscheinlich mein Platz 1 sein wird. Meinst du? Mein Platz 2 ist die Täuschung? Spielt im Zweiten Weltkrieg, kurz von D-Day und die Alliierten versuchen natürlich jetzt die Amis, äh, nicht die Amis, genau, die Nazis ein bisschen hinters Licht zu führen und, ähm, einfach davon abzuschweifen, oh Gott, das ist das richtige Wort. Abzulenken. Fällt mir gerade. Abzulenken, das ist es, abzulenken. Sie versuchen abzulenken und, ähm, machen deswegen Täuschungsmanöver, um den Deutschen halt so vorzugaukeln, alles klar, wir machen irgendwas in Griechenland, ne? Und, äh, der Trailer sah echt sehr gut aus, ne? Also, besser, als ich erwartet hatte. Ich hab immer noch nicht so hundertprozentig geschnallt, was die da genau machen, aber ich fand, das war, sah alles ganz interessant aus. Ja, hundertprozentig habe ich das aus dem Trailer jetzt auch nicht rausgekriegt, aber die hatten dann irgendwie so einen Typen gehabt, der dann irgendwie so, wenn wir uns spielen sollen, dann hatten sie irgendwie eine Leiche gehabt und, keine Ahnung. Ja. Aber vielleicht kriegt man das in den Filmen ja ein bisschen besser raus, aber der Trailer an sich, schon allein von seiner Wachart her, war schon interessant. Und da ja auch so ein bisschen hier, Kriegsfilm, Drama, History, denke ich mir, dass auch ein guter Part davon auf wahren Begebenheiten beruht, wahrscheinlich nicht alles, weil das kriegen die ja nie hin. Und es wäre vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das so spannend wäre. Manchmal gibt es ja doch sehr spannende, reale Geschichten. Ja. Naja, und Colin Firth ist natürlich auch immer ein Gewinn. Hm, das stimmt. Aber ich hatte Bock drauf, den würde ich mir angucken. Ich auch. Deswegen bei mir die Eins. Ja. Dann sind wir ja, glaube ich, schon durch. Ja. Mit unserer Top-3. Letzte Woche haben wir so lange gebraucht, weil jeder wirklich für jeden Platz was anderes hatte. Und diese Woche gab es halt mehrere Überschneidungen, die halt ein bisschen überkreuzt waren. Und jetzt ist die Frage, gab es noch einen Film, der dich noch so interessiert hätte aus der Auswahl? Es gab einen, der hat mich noch interessiert, solange bis ich den Trailer gesehen habe. Und zwar ist das die Bilderkriegerin, was eine Dokumentation ist über eine Kriegsberichterstatterin, die halt anscheinend irgendwie ein gewisses Faible für Afghanistan auch hatte. Und da spoilert man jetzt ja nicht, die dann auch dort bei einem Anschlag getötet wird. Was mir dann aber gar nicht gefallen hat, ist, dass sie diese Dokumentation über die gute Frau offensichtlich mit gespielten Szenen untermauern, die nicht gut waren. Also die mir schon im Trailer überhaupt nicht gefallen haben, die aussehen wieder wie ZDF-Film um dienstags 20.15 Uhr. Und deswegen ist er dann rausgeflogen, obwohl ich es thematisch eigentlich ganz interessant fand. Was hat mir gerade gesagt? Deutsche Filme siehst du direkt. Ja, aber mich hätte das gar nicht so krass jetzt gestört. Also natürlich haben sie jetzt natürlich dann Interview-Aussagen von irgendwelchen Leuten, die sie natürlich kannten und haben dann wichtige Szenen halt irgendwie nachgedreht und verbinden das jetzt so zusammen. Weiß ich nicht, ob das Ding auf einmal gut gewesen wäre, wenn sie jetzt nur die Interview-Szenen genommen hätten. Weil ich glaube, Originalaufnahmen wird es da wahrscheinlich sehr wenige nur geben. Das stimmt, das wäre eher was für eine Fotoausstellung anstatt für einen Film. Deswegen haben sie wahrscheinlich gedacht, okay, wir nehmen jetzt die Aussagen, also was die anderen Leute über sie gesagt haben, und rekonstruieren das quasi so ein bisschen als Film. Ich fände es jetzt nicht so mies, aber ja, ich kann auch verstehen, dass du dann gesagt hast, nee, das brauche ich jetzt nicht so. Hattest du noch was? Nö. Dann gehen wir mal durch, oder? Das ist jetzt mal durch, ja. Dann kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsgenre der Dokumentation. Dort gibt es einen Film, der heißt Das starke Geschlecht. Ein Film, wo ein männlicher Regisseur sich andere Männer genommen hat, sie vor eine schwarze Tabete gesetzt hat und sie irgendwelche Geschichten von anderen Männern hat durchlesen lassen, vorlesen lassen. Und dann hat er mit ihnen über Männlichkeit geredet und über Frauen und ich fand der Trailer war schon wieder so, dass ich dachte, da schlafen dir doch die Füße ein, wenn du dir das 103 Minuten angucken musst. Ich weiß jetzt auch nicht, was da so Interessantes bei rauskommen soll, dass ich sage, okay, ja, den gucke ich mir jetzt im Kino an oder überhaupt, dass ich mir den angucke. Vor allem im Kino oder nicht, weiß ich nicht. Ja, also reflektieren über Männlichkeit und vielleicht toxische Männlichkeit, keine Ahnung. Aber, nee, nee, danke. Ich finde es ja interessant tatsächlich, dass ein Mann den Film gemacht hat, weil ich hätte eher erwartet, dass eine Frau den Film macht. Ja, nee, aber wäre eigentlich egal gewesen, ob da jetzt eine Frau hinter der Kamera ist oder nicht. Auf jeden Fall weiß ich nicht, was man dabei rausholen soll. Ja. Dann Heikos Welt, oder? Heikos Welt, ein Film, wo ich auch denke, was soll das sein? Also seine Mutter hat irgendwie eine seltene Augenkrankheit und die Kosten für eine Operation werden von der Krankenkasse nicht gedeckt. Deswegen denke ich, alles klar, jetzt mache ich hier bei einer beim Dartspiel mit, um die Kohle halt aufzutreiben. Und mehr habe ich im Trailer erst recht nicht gesehen und mehr kriege ich aus dem Text nicht raus. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Dramakromödie aus Deutschland. Ja, aber jetzt hat mich jetzt auch nicht wirklich angesprochen. Genauso wenig. Also der Teaser war schon komisch. Und ich glaube, das Film wird auch... Ich weiß nicht, sah aus, als wäre es ein Crowdfunding-Projekt gewesen, weil es auch so ein Crowdfunding-Trailer gab. Aber da habe ich gar nicht mehr weiter nachgeforscht. Ich auch nicht. Nee, egal. Der nächste Film ist was für dich. Ja, auch beim nächsten Film, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir nur den Titel angeguckt und das Plakat und mir dann schon wieder gedacht, ja gut, was soll ich damit? Und zwar haben wir dann Immenhof 2. Offensichtlich gab es schon mal Immenhof den allerersten. Ich würde jetzt mutmaßen, es geht um Pferde und um die junge Dame, die da im Bild ist. Und ich würde auch mutmaßen, niemand von uns hat Lust, diesen Film zu gucken. Es ist ein Pferdchen-Film und wir sind nicht die Zielgruppe dafür, definitiv nicht, aber es gehen genug rein. Also so ist es nicht. Also es gab ja schon genug Pferde-Filme. Du fängst mit Ostwind an, Immenhof und Wood, Bibi und Tina ist nicht ganz so Pferdchen mit drin, aber halt auch so. Es ist halt eine Jugendserie, also eine Jugendreihe. Irgendwie ein Pferd ist krank, beziehungsweise wird ein Giftanschlag drauf verübt und der Besitzer von diesem Pferd sagt, okay, das ist ein wichtiges Reitpferd, also so ein Rennpferd oder keine Ahnung. Für irgendein Turnier. Und dann hat er gesagt, ja, egal, funktioniert ja noch, können wir nehmen. Und die Hauptdarstellerin so, ach Gott, keine Ahnung, wie die gute heißt. Lu, glaube ich, ich weiß nicht, welche jetzt wirklich die Hauptdarstellerin ist. Ich habe mich da auch nicht so 100% mit befasst. Die sagt dann, nee, das können wir so nicht machen und entführt das Pferd. So, und keine Ahnung, wie das dann weitergeht. Wahrscheinlich wird er irgendwann Einsicht haben und das Pferd muss dann nicht reiten, keine Ahnung, irgend sowas. Du, fertig ist die Laube. So ist es. Beim nächsten Film habe ich auch keine Ahnung, so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe mir auch einen Trailer angeguckt. Keine Ahnung, was es sein soll. Hier, Mike Sabel, keine Ahnung, ob man es überhaupt ausspricht. Ich würde jetzt mal so, ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ich hätte das jetzt irgendwie eher französisch interpretiert und hätte Mejabel gesagt. Mejabel, okay, ja, woher sollen wir da noch wissen? Könnte auch sein, dass einer Abel heißt und die andere heißt Mai und das X steht für einfach diesen Gegeneinander oder so. Hatte ich, hatte ich auch gedacht, aber nee, ich glaube, die Person gab es halt auch wirklich. Wir sind auch auf einer wahren Begebenheit und ich glaube, diese Person gab es wirklich. Ah, stimmt. Und zwar ist beim Terroranschlag halt jemand durchs Leben gekommen, ich weiß jetzt gar nicht, nee, hier, da steht auch ein Text drin. Also es ist anscheinend eine Dame, versucht dann durch dieses Treffen hier, ich habe es auch nicht so 100 pro gerafft, ey. Also da gab es einen Anschlag, der Mann ist gestorben und jetzt gab es die Möglichkeit quasi mit den Attentäter, die jetzt in den Gefängnis sitzen, irgendwie in Kontakt zu treten und sie möchte dann irgendwie durch dieses Treffen Gerechtigkeit erreichen. Der Trailer hat mir das nicht so geredet, der Text ist sehr kurz und sagt auch nicht sehr viel aus. Dementsprechend bin ich da irgendwie raus. Vielleicht ist es auch eine wichtige, berühmte Persönlichkeit, aber wir kennen die einfach nicht, weil wir dumm sind, aber keine Ahnung. Ja, oder weil wir halt nicht da gelebt haben, wo diese Terrororganisation unterwegs war. Das ist ein spanischer Film, ich gehe mal von aus, das ist Spanien. Also der Trailer selbst war ja, glaube ich, auch nochmal auf Spanisch gewesen mit Untertitel oder war es Italienisch, keine Ahnung. Also Spanisch, Italienisch, alles dasselbe. Ich muss da halt, ich muss halt wieder ehrlicherweise sagen, ich fand den von der Beschreibung her irgendwie ganz interessant, aber ich habe dann den Trailer gesehen und fand, es wirkte alles so ein bisschen nach Fernsehproduktion. Ja, Fernsehproduktion und auch der Trailer war nicht zusammenhängend, dass du sagen konntest nachher, ja worum geht es denn? Ja, das stimmt. Also keine Empfehlung von meiner Seite. Aber den nächsten guckst du dir doch bestimmt wieder an. Meinst du Mia and Me? Da habe ich mir wieder nur das Poster gesehen und direkt weitergeschaltet. Ist halt ein Kinderfilm, mein Gott, Eric Cavaniens spricht ein Einhorn, also was soll ich da zu groß sagen? Das ist jetzt wirklich nichts für mich. Du, ich habe den Trailer gesehen und ich besaue das so ganz. Also es ist wohl an sich eine reale Person, die da durch so ein Armband in diese komische Fantasy-Welt, Centopia da gekommen und dann ist irgendwie so ein fliegendes Vieh, was die Welt zerstören will und sie brauchen jetzt dieses sprechende Einhorn, um alle wieder gut zu machen. Ich habe auch nur die Hälfte gerafft, aber ich glaube, die Zielgruppe für diesen Film, die weiß, was da passiert. Ja, mir ist das sowas von wurscht, was wir alle sagen. Dann eine Dokumentation ist noch über, nämlich die Dokumentation Volksvertreter, wo der gute Filmemacher drei Jahre lang vier Politiker der AfD begleitet hat. Ich muss sagen, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, aber der Trailer, Halleluja, der sieht wieder aus, als hätte sich da einer mit seiner Heimkamera hingestellt und hätte einfach mal drauf gehalten. Also ich weiß nicht, ob der Film jetzt wesentlich besser ist, aber mit dem Trailer haben sich in meinen Augen überhaupt keinen Gefallen getan, weil das sieht halt wirklich aus, als hätte sich Hans-Jürgen mit seiner VHS-Kamera da an den Straßenrand gestellt, wenn der AfD-Politiker vorbeiläuft. Ich fand es echt furchtbar. Ja, aber halt, naja. Ich meine, ich bin ja politisch auch nicht unbedingt jetzt der größte Fan von Politik und sowas. Und die AfD, die brauche ich jetzt recht nicht. Ja, aber gerade da finde ich es immer interessant, weil du würdest ja niemals, oder ich würde nie im Leben auf die Idee kommen, der AfD meine Stimme zu geben. Finde aber immer interessant, was sind das denn für Menschen, die sich in dieser Partei engagieren? Und was sind das denn für Menschen, die die wählen? Aber das, was ich da in dem Trailer gesehen habe, weiß ich nicht, hat mir jetzt nicht zur Erkenntnis gereicht. Also wenn sie dann diesen komischen Schmierlappen da hinstellen und der singt dann die Nationalhymne, weiß ich nicht. Ich fand es eher befremdlich, was ich da gesehen habe. Ja, na gut, AfD halt. Wurde da nicht irgendwie so ein Messenger-Gruppe ins Ziel gelegt von denen, wo die irgendwie schon richtig gut abgehen. Also die, brauche ich einen Film nicht, brauche auch die AfD nicht. Und das war schon alles diese Woche. Dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh, dass ich noch drei Filme zusammenbekommen habe, aber die drei würde ich mir halt angucken. Und ihr habt natürlich auch noch die Möglichkeit, schreibt da einfach mal unten in die Kommentare rein, welchen Film würde euch denn am meisten interessieren? Seid ihr da auch auf meiner Seite und sagt, Top Gun, na, ein bisschen Action, das passt schon. Oder sagt ihr wie Nils, ach nee, das ist der ewige Part, das ist jedes Mal dasselbe. Und außer Action kann da nichts bieten. Schreibt es einfach unten rein und schreibt doch einfach, wenn das so ist, auch nochmal dazu, welcher Film würde euch denn am ehesten interessieren. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder für die Filme ab dem 2. Juni. Jetzt muss ich kurz überlegen, was so ein Datum das ist. 2. Juni geht es weiter, die ersten Filme im Juni. Und was da so startet und ob da was Cooles dabei ist, da sehen wir dann nächste Woche. Bis dann, macht euch eine schöne Zeit, haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.